Kapitel 37. Kritzelkunst auf Kladde, Dudelwettbewerbe und Diagramme In der Kapitalanlagegesellschaft von Anja und René-Marie war es ein offenes Geheimnis. Sobald die Telefonkonferenzen in ihre monotone Phase übergingen, begann auf den Notizblöcken eine Stille, doch hitzige Schlacht der Skizzenkunst. Es war René-Marie, die während ihrer ersten Woche in einem Anflug von Kreativität die Seitenrand ihres Protokolls mit kleinen Zeichnungen versehen hatte. Anja hatte es zufällig entdeckt, als sie das Protokoll durchsah, und anstatt zu tadeln, musste sie schmunzeln. Sie schlug ein Kritzel-Duell vor, um die Langeweile in den endlosen Meetings zu bekämpfen. Seither hatten sich die Dudel-Wettbewerbe zu einem wahren Sport entwickelt. Jeder im Büro wusste, dass, wenn die Telefone zum Konferenzgespräch auf lautlos geschaltet wurden, es Zeit war, die Stifte zu zücken. Es war eine unausgesprochene Regel, die Kritzeleien mussten irgendwie mit dem Thema der Konferenz verbunden sein. Ein außenstehender Beobachter hätte die wirtschaftlichen Modelle kaum in den Humor-Wollen-Zeichnungen erkannt, aber für das Team hatten sie eine eigene Logik. Die Bullen und Bären des Marktes bekamen wörtliche, lebensnahe Darstellungen, und die Auf- und Abwärtskurven des DAX wurden zu Achterbahnen für Geschäftsleute im Anzug. Am Ende der Woche wurden die kreativsten Dodless-Anonym an die Bürowand gepinnt, und alle stimmten für den Gewinner ab. Der Preis war begehrt ein extra langer Freitagabend, an dem der Sieger oder die Siegerin eine Stunde früher in das Wochenende starten dürfte. Diese Tradition hatte nicht nur für Heiterkeit gesorgt, sondern auch die Teammitglieder inspiriert. Selbst in den trockensten wirtschaftlichen Auswertungen entdeckten sie nun die Möglichkeit, das Komplexe einfach darzustellen, und oft genug fand ein cleveres Doodle seinen Weg in eine Präsentation für die Kunden. Die Kritzelkunst auf der Kladde wurde so zu einer geheimen Sprache des Büros, ein visueller Witz, der ihnen half, auch in stressigen Zeiten die Finanzwelt mit einem Augenzwinkern zu betrachten.